Die Idee ist bestechend einfach. Wärme, die ein riesiges Rechenzentrum sowieso produziert, wird zum Heizen eines nahegelegenen Krankenhauses genutzt. Die Firmenbetreiber, die Stadträte für Gesundheit und Wirtschaft in Wien sowie die Klimaschutzministerin präsentieren am Montag das neue Energieversorgungsprojekt in Wien-Floritzdorf. Also man sieht also hier sehr schön, dass also die Wärme, die das Rechen, die Abwärme des Rechenzentrums hier mit 26 Grad zur Wärmepumpe geführt wird. Die Wärmepumpe wird mit Strom betrieben, mit Ökostrom, da ist symbolisch das Windradl aufgezeichnet und aus dieser 26-gradigen Abwärme wird also Fernwärme mit 82 Grad gemacht. Und hier kommt dann sozusagen wieder über den Verflüssiger und über den Verdampfer der Rücklauf zustande. In den riesigen Serverräumen sind unter anderem Streamingdienste zu Hause. Mehr wollen die Betreiber über die heiklen Daten hier nicht verraten. Um die enormen Mengen aber schnell zu verarbeiten, sind Hochleistungskomputer nötig und entsprechende Kühlsysteme, die jetzt sinnvoll genutzt werden. Hier wird Kälte gebraucht, dort wird Wärme gebraucht. Also wir nutzen diese Energie, die ohnehin da ist, weil die Rechner müssen laufen, die ohnehin da ist, sinnvoll. Und sorgen so dafür, durch die Installation von drei Großwärmepumpen, dafür, dass wir den Heizbedarf des Klinikums zu rund 50 Prozent aus dieser Abwärme auch decken können. Das Rechenzentrum und die Klinik Floridsdorf sind quasi Nachbarn im 21. Bezirk. Ein ganz ähnliches Projekt soll demnächst 4000 Kärntner Haushalte heizen. Wer weiß, wo überall man sich sonst noch auf ein Backerl hauen könnte.